ZUCHE Hey Leute, willkommen bei einer neuen Folge MW2 heute mit 10 Leuten Juri mit Moody mit Wupp Wupp Alter, gleich tot Mit dem Alt, ne? Der eine der Kinder hasst Und mit der Alten? Einer mit ihren Einer der Haft und und auch so ein paar Leute Kürzen von die Stadt ergeht rückwärts auswählte Achtung an also in welchem Stilus jetzt und jeder war aus und die Schreiber ausloh Einmal mit noch ein Tobi, das muss ein Tobi dabei eh Gernis, schau doch, wo ich gestorben habe Ich wurde gemessert und dann guck doch bitte, wo ich gestorben bin Wenn du mein Team bist, dann hast du die AA12 nehmen, gell? Ah, jetzt darf man die doch nehmen, oder was? Ja, wenn der meint die müssen, von Nein. Man nimmt hier gar nichts, man. Ihr kämmt alle nur mit Feuchster ab sofort. Oh lol. Richtig gut. Ja, ich hab zu dir gesagt, der ist bestimmt die ganze Zeit hinter dir her gelaufen, oder? Nö. Ich bin da gerade... Oh ne. Ernsthaft, Gerda. Ernsthaft. Das muss man schon auf den Kofferklopft. Vielleicht geht es ja doch noch hoch. Das muss ich sterben. Der Chefölköl, Alter. Klopf auf den Koffer. Bam. Weg. Aber man, ich kenne es ja gar nicht gegen Ludi, das sind immer so gezwungen. Es muss man so unlogisch ist, wie Code alles ist, der Gegner weiß das und so. Das ist irgendwie nicht ganz logisch. Das ist irgendwie nicht logisch. Wer würde bitte schön in so einem Scheiß-Volidäne eine Bombe auf den Jagen wollen? Die reicht für deine Mutter. Und wer ist der mit mir? Ich nicht. Da waren zwei gerade unter uns. Einer ist da links gelaufen. Nach vorne und links. Oh Gott, Kleider. Der kommt nach rechts selbst in unserem Friseur an. Späte Reaktion. Was? 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 Alida ist alleine? Oh Gott, Kerle. Mach ihm Platz. Oh Gott. Oh Gott, bin ich heute schlecht. Musst du dir hin? Mal Гдеher. Ähh. Ach. Scheiße. Wir werden dann alles geliebt. Hier. Nur noch Tobi hat's gegend. Du warst ja dann tot. Das ist aber kein Headshot. Nö. Erzähl, Typen sollen vorne. Nee. Nach dem Zielbecken. Ich bin nicht so schwul wie ihr. Nee. Warum? Warum steht er? Was? Oh man ey, Tobi. Bring deine ganze Formierung. Oh man ey, so öff. Oh, schön. Alles eine Rita. Fängt mit A an, würde ich sagen. Janis, wieso Sniper? Lass mich rauskommen. Du kannst mich durchspielen. Ja, du kannst es nicht. Heilige Scheiße! Das bin ich, aber mach dir nix. Sorry. Ihr seht eh nicht aus wie er, ich weiß. Bitte! Ich würde mal deine Position verraten. Oh shit. Danny, deine Reaktion ist mal wieder spitzen lassen. Juni? Ich lebe nicht mehr. Ich lebe nicht mehr. Links. Dings? Das ist links. Achso das links. Wir springen drüber. Da wurde rechte Daumen so gezeigt. User join the channel. Linus, wir nehmen auf. Was? Wir nehmen auf. Und jetzt? Die main's, was läuft? Nein mein Internet ist abgesperrt oder was? Ja auch ich nicht. Ich dachte ja, er schmeißt irgendwie irgendeine Nahtur. Oh Gott, feind ich meine Rote-Fuck, was ist da los mit meinem... Eine Frage, wovon hast du die Vorräte gehabt? Ich hab ein 7 zu 1, macht aber nichts. Du weißt, dass wir nur bis zu einer Predator einsetzen dürfen. Wusste ich nicht. Hä? Vor allem, wann hat man mit 7 eine A7 oder 30? Ich hab Vorräte. Also hast du jetzt doch Vorräte gehabt? Ja, ja. Was ist denn los? Jetzt lass es doch endlich. Ich hab mal eine kurze Frage, warum sind wir jetzt 5 gegen 3? Ja, das war ja nämlich gerade, weil es mich rausgefiltert hat. Der ist lief wieder. Kann ich auch wechseln, hier, wie eine total schlichte Kathi. Ich dachte, wir würden 5 gegen 4 spielen. Boah, Jon, hier folgt der mir der. Sagt es zu Jon, dass der jetzt einfach um einen Park geht. Ja, Tobi, du musst nicht. Na, glaub ich, noch zu uns kommen, oder nicht? Ich kann auch rüber wechseln, wenn ihr wollt. Hä, warum ist ich doch 4 gegen 5? Ich kann auch rüber wechseln. Ja, UGG wollte auch gegen uns auch spielen. Ja, dann kann ich rüber wechseln. Ne, passt doch schon, wir gewinnen auch, auch wir von ihr. Ja, nur wegen gewünscht. Ich kann sie jetzt mit Absicht abzielen. Oh nein, oh nein! Hilfe! Hilfe! Der ist bei Baseball, der bei Aspott ist ja. Einer ist bei Aspott ist Richtung unseres Spawn gelaufen. Boah, wup, 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 was geht schon wieder ab, Alter? Och, Mann. Ich weiß nicht, ich hab mal in der Grunde. Können wir Harrier verbieten? Also das war grad fies. Das hat AC, Junge. Die Harrier erspielt? Ja. Ja, wie, ja. Hä, nein, niemand hat die Vorräte. Niemand hat die Harrier erspielen können. Also dann, wenn du das Vorräte nicht darfst mal alles einsetzen. Achso, ja, das hat auch Vorräte. Ja, aber du... Ja, weil du vorhin hattest... Ja, ich hab's auch gedacht. Ja, ich hab's auch gedacht. Ja, dann... Ja, hatte ich ja auch. Ja, toll. Du hast aber so gesagt, dass man, dass man meint, dass du... So schau dir da jetzt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. What the fuck? Nun! Ja, withdrawn! Ja, irgendetwas sollte man halt mal getroffen. Ja! Guck ins Jahr! Jahrhundert. Das war noch gut geplant! Das war jetzt, dass die das. Ich wollte jetzt den Vorsprung geben. Jetzt geht es gleich. Also jetzt mit Paradies. Spiel. Ich glaube das ist das habe ich gehört. Obwohl das ist das schon mal angehittet mit meiner Samtex. Denn du kleiner trickiger Basterd. Ja jetzt leg mich doch voller Arsch mit deiner Scheißhörter. Ja der mit seiner trickigen, der hat Max-Emmo drin, alter der hat mich, der sechsmal, der ist oben für das. Ich hab keine Max-Emmo und ich lad ganz schnell nach. Du lad's nicht nach. Natürlich ich lad nach. Ja ja komm geh nicht verfahren. Ich hab's aufgenommen. Oh mein Gott wie soll ich dich nicht gesehen. Ich hab ihn übrigens hab doch gesagt. Ja aber irgendwie hab ich dir nicht dran reagiert. Stell los. Gott bin ich schon. Seid den Wechseln? Was schon wieder? Ja, diese dritte Runde. Hey! Einer hinten, äh B-Lang. das jetzt cứ RT auf ne? Oh 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 sticking. Ja Alter ich bin so schlecht. Ja genau, porekl dich halt noch zu mir! Và Übers к нам. Oho, ich hab mehr! Ein Gearsch. Ng awareness. Auch ein Wurfwurfwurfwurf. en intentos partitionством Detego對啊. Il sama Mutos. Saul Sos. Nein, guck's mir die an, guck's mir die an, ich dachte einfach nur A und dann. Alter, lol, nein. Ich hab da nur einen, ich hab hier die, die von, die von ihren hätten mich wahrscheinlich auch gekillt. Ich hab nur gesagt, Paket liegt A, dann dachte ich mir, wer will mal selber mit so A. Ah, lol, ich bin so, oh, ich bin so schlecht, halt. Judy, du machst alle weg. Ah, ich hab... Wer von euch ist tot? Na, ich vergleiche es mir ausnahmsweise nicht mehr für dich. Was, Fuzz, denn? Was, was, so was soll ich nicht sagen. Ich wollte natürlich, äh, Flutiermaschine sagen. Der geilste Vergleich, alter. Oh, Uti, Uti! Mann, was? Ja, genau. Wo weißt du das? Die Scheibe, das ist mal scheiße gesprochen. Die Scheibe. Schau, das ist mal scheiße, die Scheibe. er kommt ich hab doch vorhin gekuckt so blind du bist so du bist so blind als ich hinter mir als ich immer noch nicht die zweite dabei ist wo Gott sich aus dem Anbruch und du schweiß Hausflug Tobi was machst du eigentlich immer? Boah Möppchen Boah Möppchen ey Janis kennt auch immer an der gleichen Stelle Deine hinter dir Ich will da nicht hin Oh fuck Jung Einer war richtige Kante Belebt das denn gerade so das Scheißspiel? Ich kann man nur und ich bin hier wo man sich nicht mehr mit dem so Juli jetzt darf ich sagen guck mal die Welt oder wenn man es ist wenn nur du 800 Punkte hast und 40 kids das ist das Bild und trotzdem will ja allerdings haben die Schöpfung und seitdem die Schlechtes zu können das liegt in der Stadt spielt er liegt mich doch am Zitterling was das kann noch nicht wahr sein ich hab den Bock mehr Juli hat ohne Witz ich lecke mich doch um zu tun was los ging kommen auch mit dem Tudel als du die verliebt gegen Möpschen, also das müsst ihr euch mal reinführen. Du bist tot, was willst du? Haha, wenn er gesprungen ist. Ich fragte er von Falto. Man sieht deinen Körper da durch die Wand. Ich weiß, ich weiß, keine Angst. Immer noch die gleiche Scheiße jedes Mal. Ha, Juli. Oh, lol. Den hab ich voll nicht gesehen, das jetzt drüben. Juli war zuletzt B außen. Das stimmt gar nicht. Warte, wer muss planten? Wir, gell? Blende bei A. Dazu lachen, wenn er ihn die ganze Zeit anguckt. Das heißt, er kämpft irgendwo. Na, sollte das so. Was schlägt ein Brett? Ja, wohin? Ach, hh. Ich hab eigentlich Angst, dass jemand von euch nicht ist. Ja, wo boh, du hast ihn gesehen? 20.08 Uhr. ist ein Traum-Haus-Kundin die Bieten ein 20 Uhr auch das ist 5 leistungsverlösen Puh Arschloch ich kann verletzen ich bin und ich kann aber gut zum Mittel oder Tüte zu müssen obwohl ich gerade ab 15 14 hochmotiviert zum Mitte zum Tag und alle eine Spielung Ortskinder das ist jetzt blöd Köln ist der Fomber auch dort wird getroffen ja auch der Dänid die Säule an sich ist es war auch ein bisschen da ist er nur die Fakten nicht wenn man auch eine von mir am Leben für gar nicht mehr als wir alleine sind vieles ich hab nie mehr ich habe ich wusste dass er die Füße immer so sicherlich dass er was sagen können und Korinther ist auch in ihren Stoffen Schneller ja jetzt gehört er ist er will er hat jetzt kommt er uns schon an die Wurste ja es ist feindliche Aufregung 0 ich hab den gesehen ach ein Start Leck nicht doch nicht noch fahren wie es gibt auch noch flächte also ja ich hab keine Anrufen geht nicht natürlich natürlich auch mal nicht Tobi bei der 11 FCH Tobi heißt auch scheiße oben im Haus der Stuttgart mit den Stuhl-Sachen Dinger der Welt Tobi hallo Tobi sag mal was Hallo das war es so genau das blaue ist ein bitte was sagst du das was hä? so lecken die das Spiel jetzt so er kommt bitte er kommt bitte mit der Spaß ja 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 das macht nur Spaß ich sagte die ganze Zeit Tobi wär ne Frau was ist das ich die ganze Zeit dachte dass du schlau bist ich hab' ich auch mal gedacht aber irgendwann hab' ich's aufgegeben das ist auch noch ich hab' keine Ahnung in dem scheiß Hälfte hören sich alle immer so komisch an Guck mal bitte her danke ich hab' ich hab' nur sagen dass du bitte guckst was über den Buchstaben steht über welchen über A Gilex ey was für Gilex da steht Schützen nicht nicht ihr müsst mich verarschen warum schreibst mich an Ablenkung ich spiele nicht als Mord von 10 ich hab' nur Ablenkung Edifus 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 da hast du einen großen Killeen ich bin Killeen das ist ja so geil bester Kiel das hab ich auch gehört ne er hat nicht gefühlt doch nur ganz kurz so neuer er hat nicht gefühlt hol dann mal bitte deine Vorräte dann tue ich dich und dann bekomm ich die Vorräte erfüllt ich bin so kackt 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 es wird vorgeschafft ihr schafft in das Verschätzung ist und die spielte bei Leute es gibt das ist auch mehr und das ist ein Ich hab schon, ich hab schon, ich hab schon, war kurz vom Rage-Grid. Äh, eine Mitte. Das heißt Mitte. Welche Mitte? Die große Mitte? Unten. Alter, dieses Biene, das Spiel leckt, ey. Ich verkaufe es. Mitte, 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 Mitte. Darf ich jetzt in die Mitte? Nein! Ah, oben, Camper Posi. Kannste rüberlaufen und dritter fein. Bin dann mal weg. Piep, Piep, Pieps! Wer ist grad gegangen? Ah! Ah, geht's auch! Ah oben, ah oben, ah oben, ah oben! Fortscheiß. Wer ist gerade gegangen? Habt ihr gesehen, was ich in den Chat geschrieben habe? Geil, wie die Kugel trifft. Boah, Junge, die Scheiß. Nee, ihr, was soll die Scheiße? Ich kann nichts tun. Ich bin ein bisschen Freunde. Mein Gott. Ich bin nie wieder mit hier. Nein, es ist hinter dir. Da kann ich ein tolles Verhalten. Fuck, Tobi, ganz oft. Tobi, rettet uns jetzt. Meine Gesellschaft kann er sich zwei Käse kaufen. Und von mir kriegt er auch noch mal ein. Tobi, nicht so viel nachdenken. Tobi, denk an Kekse. Ach, Chicken. Hör auf. Sehr dezent. Hast du mich gehört? Ich hab dich dann gesehen. Ich bin einmal komplett durch die Map gerusht. Boah, Scheiß-Warsha. Halt die Presse. Du hast mir die UMP-Klasse gemacht. Scheiß. Ich werde mit euch da vielleicht eine Harrier, wenn wir die uns nicht töten. Ach, ich war nicht. Irgendwie von mir. Alter, ey, manieren. Jetzt, jetzt, Scheiß-Jetzt kommt die. Alter. Du Scheiß, du Scheiß, ey. Du wolltest mich nifen, ey. Hey, ich hab Kommando und das Ding geht über deinen Kopf drüber, was ich überhaupt nur durchstehen kann. Na, den Kommando, eben. Das ist für größte Scheiß an Kommando. Bucky. Hinlegen, blockiert. Ich bin festgesteckt. Gar nicht. Ich bin festgesteckt. Oben, oben, oben. Wir rennen zu A. Renn zu A. Förtlich, da hängen. Wie so Nasasaki. Okay. Da. Loll. Dann hast du beide fertig. Habe ich gerade abgedrückt. Wupp, wupp. Machst du? Du bist blind. Äh, aber ich achte nicht so drauf. Schieß jetzt endlich. Schieß. Tödi dich doch. Hey, ich muss ja noch nicht schießen. Doch, du musst jetzt schießen. Ah, nee, ich hab ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt oder nie wieder. Nein, man hätte auch messen können, aber das wäre zumindest... Wenn nun Kills, wenn du Kills kriegst. Ach so, da lebt noch einer. Ja, da lebt noch einer. Oh, das war dein eigener. Sorry. Ich dachte, das wäre einer. Oh, scheiße. Hilf dir. Also irgendwie tust du mir gerade leid. Tut mir leid. Ich dachte mir, ein Gegner. Also ich würde sagen, du hast jetzt noch einen Kills, an die, von den haben. Ja, ichfred, den ich hab immer... Hey, warum konnte ich grad wubububub zu gucken? Hey, bist du dupen? Warum konnte ich grad wububububub läginnir? Kamera? Weil von uns alle tot waren. Das hat wububububububububububububububububububububububububububububububububububșubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub Czechuie ja, پ km toute çmitso cap Yeah, ja, ja. er ob im Stich dort waren ein Jahr auf an die Sier er hat auch ich auch an die Sien weil sie scheiß Mocke verpflichtet er war bei uns sind eine Waukendach Häää ich nicht ihr ein ganzes Bild erstmal planten wie kann man so lange drauchen man um einen Scheiß Kopf, ich meine, der Scheiße gab die Offenheit dazu ist, man kann den einfach wegwerfen scheiße sorry Red bis so durch Minus-Punkte nicht die also dann weiß es ja da ist klar springen auch und so leichtes und rot einer Bord 0 da waren zwei Stück zu einer Standort hinten und Juli rechts und Decke Prozent für den Köln für die Pro für den Probein geholt Applaus Applaus das viel für eine Mauer in den Schatten die Bisschen von Janis all das ist ja ich hab den nicht gesehen denn er in dem gesehen aber da hat er mich schon abgeknallt denn man bitte den Qualität auch von 84 p.m. die ich voll B B B Danny B B Danny B unter dem Steinbrückenhaus unter dem Ziegelhaus ist da Dein Brückenhaus ist da Ha! Ziegelhaus ist da über die Schönen Teamkiller auch nicht schlecht Wot 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 Ach da und Bordstein kann der Alter das hat sich voll versteckt Da hat sich ein Koala verwendet Das war die Rache Hey komm 9,9 Alter das macht doch keinen Spaß Die sind die besten Kannte Ne In deinen Träumen D Denn dies Einer der besten noch mit Was laber ist älter Danny Heizer was laberst du Ja deswegen Ich glaube ich selber nicht Zinsen scheiße Was du rot Tobi Ja ich dachte wir könnten zusammen mal wieder reden und Ja ganz normal so reden Aber du hast dich noch nicht verändert Du bist Du bist immer noch der Späne Du bist immer noch der Späne Ja mal dieser Scheiße Genere Der Betrüger Es kommt in Bedeutung Bernd Bernd an die Prenzler Korte Tobi 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 ist gerade beschäftigt Tobi ist gerade beschäftigt mit Tobi Tobi Es ist ein Ernst Ne Wir müssen planen und nicht kämpfen und er war haben sie nicht zu sehen war für die Sitzel alt wird in den Rhein das ist ein Wort Fender und um einmal der Praxis war nach dem Video das Wort Tobi die Lassie an die Diener Prozent und gut er wurde stehen Lohr Wurzbiet er die Spielzeit damit wo zum Teil des Bildschlusses Schocker es wird ein bisschen der Zellner war auch vorher alt und das war für Geld und um und Jürgen wer spricht der Katarina oder Tobi die Niederlässe und die Niederlässe das Ausland du in Tobi immer und das ist nicht nur mir so geht dann geht für die Begründung sie haben seit Jahren nein die Händler ein Akkursen mit der Dachsensreden wir können noch freundlich sein die Harte da ich kann noch mal okay das ist nicht für dich ist ich ich habe so ein Schloch aber das ist ein bisschen wie ich konnte die Hälfte eben wo die schriftlich auch so wie er das ist es auf der Treppe mit der Spaß so lieb ich nehme 10 14 Heike Spielberg und wo sie um er ist essen zack mit Nein, nein, der Jonas, danke der Jonas Welcher Jonas? Ja, mein Jonas Dein Jonas ist Essen Ich finde das irgendwie geil, ich töte gerade jeden mit der Waffe Okay, ich spiel mit Was ist das, die M, noch was? Hey, wir können doch Kistenschlacht machen Ja, Kistenschlacht? Gut, wir sind genügend Leute, ich und Paddy wieder Ja, 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 Dings, Heiko kommt noch und Paddy Ich und Paddy als Käpt'n wieder Der wurde in einem Der letzten 20 gut geklappt Junge! Der Schlagerfeuer, der Schlagerfeuer, der Schlagerfeuer, der Lied Das LRG Scheiße, der Weihnacht Jetzt hier, ich halte die Hälfte, wir haben einen Löffel, Ja, Alter, Jo, wo Prüfung Scheidung, morgen kommen zu uns, das stört Nr Nr Prozent Prozent der Anbau erhält dann ist der Busch den Kriegmodus nicht aktivieren O-O-O-O-S-O-O-O-S-T-U-O-O-S-T-Lär Akkursspielte 5 Minuten mit und da Kummer Waffen spielen auch ein Spiel all die Versorgung ja es ist diesen muss man auch ja ich habe geschossen er kann da auch und die Welt aufs Krabbe ja ich hoffe ihr wisst alle was Kistenbrick ist was ist das? egal, erklär mir gleich ich kämp' mich in ne Kiste und werf' ne Kisten auf ne Kisten-Map sowas bestimmt steh' ich mir mal geil vor Danny jawoll nice einen noch hihihihihi ohhh ohhh alter mute dich bitte Danny lass dich doch lassen, Alex ohhh mein Gott, Alter ohhh mein Gott, Alter ohhh, ich hab's Glück so, Juli, jetzt führ' euch auf den Snipern das ist mir egal, aber was passiert, wenn man mit 3000 dp spielt ich fang' jetzt an zu Snipern sonst wür' ich nicht machen Mäpschen n ne nein ne ich dachte du wirst du siehren bis sie materiell schlafen ihr dann treffen wir uns nächste Runde ich bin bis in Nesterunde nur ja, wenn wir uns nicht so und noch treffen können wo diese Treffungsantriebe ja ich bin der Schatten ist das ist die sieben zwei Niederungen sind nicht so nur noch gibt es die wirklich um den müssen denn davon wird sie sind treffen uns alle wenn sie und einer wirft sie viel in die Mitte die Welt sagt es funktioniert nicht nur wo irgend ein oder der Augen ein Neon Neon mit dem der Schieße Scheiße er hat sich ja da wird gewonnen das ist die Scheiß egal ja ohne überliebt er in den Beitrag 4 ich habe auch noch zu 4 so wie du hattest du gerade gesehen oder später oben bei den Körnchen Hallo Heiko Heiko, wir sind 5 wir machen Kistenkrieg wir werfen mit Kisten auf den Kisten wir kaufen Schuh ganz ruhig, die müssen blenden die blenden bei mir die Zeit haben die denn noch 5 Minuten 3 Minuten 50 der Moppen Aaron übrigens Heiko, wir sind eine Aufnahme Ok, treffen wir uns an im Friseur jetzt kommt die wichtigste Runde, da macht mir jetzt keinen Spaß oh, nein, nein, nein Sniper-Runde ich war jetzt das ich war jetzt das ich war jetzt das doch ich bin noch nicht so ein Wettbewerb er wird das Flo ich habe nur ich weiß nicht, dass wir uns aber auch und 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 ich bin ich bin ein Kumpel von Heiko ein Kupfer von Heiko Oha Junge wieviel bringt ihr noch? Redator bitte sagen wo die waren Danke Redator Ich bin tot Ja wie kenne ich mich? Du hast ein Radar Muss man schon sagen 2.0 auf dem Dach da Und ich gebeiden Ich gebeiden den Hit Junge was bist du denn für einer? Ich hab dich mal ein Kill gemacht Was ist ins Passwort? Du warst plötzlich weg Dieser Shit Guck's dir an Oh Mann du warst plötzlich weg bei mir Und bei denen ist das Ecke da Mann Göttlicher Scheiß Das ist sie, das ist sie Oh Juli du hast mich noch eingeholt GG Jetzt kann man ja Was ist das Rekordierst du habe? Fabi wollen wir in der Konditscherspiel? Uuuuh Warte Also das war's für diese Runde Lasst ein Like da, ein Dislike Oder ein Abo am besten Und ja Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao